Hey, hallo! Jetzt aber nicht alle gleichzeitig, man hört ja sein eigenes Wort kaum. Nee, wer am lautesten schreit hat, noch immer nicht recht. Jetzt nochmal auf Anfang. Ich bin ja wirklich die Letzte, die hier irgendjemandem den Mund verbietet. Im Gegenteil. Keine Cancel Culture, keine Zensur, kein Nichts. Ich hör mir ja alles an. Aber Leute, wie oft kann man eigentlich im Internet falsch abbiegen? Ey, da wird gepöbelt und geschimpft, gestritten und gelogen und die Wahrheit verbogen. Also das Internet ist vielleicht für manche noch Neuland, aber doch ganz sicher kein Niemandsland. Müssen wir jetzt erstmal einen Internetführerschein einführen, bevor wir hier wieder vernünftig debattieren können? Ja, aber wer bin ich denn schon? Hört euch mal an, was die Profis dazu zu sagen haben. Peace out. Vielen Dank.